Hallihallo, liebe Leute. Willkommen zu... Lass bitte das Erste drin. Eine neue Folge Survive Yo. Wieder mit dem Zambay und wieder mit der Wintermap. Und ich hab hier einen. Ich könnte sterben eventuell. Ich weiß es nicht, aber ich hab auch einen bekommen. Das ist deine Actionstimme. Ich weiß es nicht. Ja. Kein Spray, ich hab da mit rein. Nice. Nice. Gute Arbeit, Kollege. Alter, ist ein Bunker. Hallo. Keep it up. Wow. Alter, hat er mich erschreckt. Und vierfachslob. Ich hab einen. So easy. Soll ich mal rauskommen langsam? Wie du willst, wie du willst. Alter, ich hab... Der war auf K... Also war er nicht. Er war da, aber hat sich nicht bewegt. Und ich hab ewig in den reingeschossen. Hat er sich gewehrt. Echt tot. Hier ist Kevlar. Alter, du siehst sexy aus. Ich bin blau. Da sollen ich die Leute nochmal beschweren. Soll ich mich an dich ranmache? Aber das ist eher türkis. Oder nicht? Jetzt reds mir doch nicht schlecht. Ich reds ja nicht schlecht. Ich möchte nur... Du weißt doch, wir Männer haben's nicht so mit Farben. Ja, ich weiß. Deswegen sag ich einfach blau. Grün oder blau. Es gibt keinen türkis. Es ist von der Farbenlobby eine ausgedachte Farbe. Wir wollen uns ja alle unterdrücken. Die Verschwörungstheorie ist... Ja. Vom weißen Patriarchat aus gedacht. Um uns zu oppressen. Das klingt schon wieder rassistisch. Aber es ist rassistisch gegenüber Weißen. Also es ist nicht rassistisch. Schön. Das ist deine Lieblingsrotflitte by the way. Du läufst gerade weg. Wo? Hier rechts sind zwei. Oh ja. Die sehen aber gut aus. Die sehen nicht freundlich aus. Aber ich hab jetzt mehrmals geguckt. Oh. Oh, ich hab den Cranker. Ja. Schön. Genau das wollte ich. Der andere ist drin. Wir können warten. Wir müssen eigentlich schon rushen. Aber wir rushen. Wir rushen! Alter hat er der vier Muni. Er hat einen Achter. Und einen Katana. Geil. Und einen besseren Rucksack. Schick. Der untere war echt gut equipped. Oh guck mal. Weiß und schwarz. Ying und Yang. Da ist wer draußen. Hast du gelacht? Seid du irgendwie anders gedacht hast? Oh, da ist einer. Nee, ich fand das mit dem Ying und Yang lustig. Okay. Ich bin down, ne? Ich kann hier nichts machen. Die Fotzen, Alter. Missgeworden! Bringen sie um. Ich muss mich verstecken. Du stirbst in der Zone. Ja, ich weiß. Aber was soll ich machen zwischen zwei Leuten? Ja, ich weiß. Keine Ahnung. Einen Katana Wirbelsturm. Ja, irgendwie immer in Häusern sterben wir. Ja. Dabei kämpfe ich eigentlich gerne in Häusern. Also ich weiß, du kämpfst nicht so gerne in Häusern. Doch, es geht eigentlich. Weil du in der letzten Folge so reingeflamt hast. Wir haben gute Scopes. Ja, es kommt halt auf die Situation an. Hier ist der Weinkeller. Komm her. Ich dachte, ich renne zu dem Drop. Der ist ja in der kleinen Halle neben mir. Hätte vielleicht kommunizieren können, gebe ich zu. Ich chill hier im Weinkeller. Hoffentlich kommt zu dir keiner. Ja doch. Beziehungsweise ich komme zu den Leuten. Oh. 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 Ich weiß nicht wer ihr gewiss ist oder wer nicht. So. Noch eine zweite Waffe mitnehmen. So. Jetzt komme ich. Versteck. Geh mal ins Haus. Ja, versteck dich. Oh, ich habe einen getötet. Versteck. Du hast ja alles hier liegen lassen. Ja. Aber ich habe manches auch schon. Das musst du so sehen. Ich muss mich mal kurz heilen. Ja. Ein zweier sogar. Oh. Da ist wer, ne? Ja, genau. Ich musste mich heilen. Kommt einfach vorbei, gecruised. Was kam aus der Kiste raus? Ich habe absolut keine Ahnung. Irgendwie nichts. Ja, eine Waffe muss ja rauskommen. Also ich habe... Es kommt die Seige aus dem Drop? Ja, kann gut sein. Ja. Dann... Willst du die haben? Ne, ne. Ich bin so voll gestopft. Okay. Ja, iss mal weniger. Nur weil Weihnachten ist hier Völlerei. Nee. Also an Weihnachten muss man pressen. Ja, das stimmt. Allein wegen Plätzchen. Und jedes Plätzchen hat eine Million Kalorien. Oh, meine Lieblingsstoffwinde. Cool. Ach, das ist deine Lieblingsdien. 1100. Ja. Der dünne Stock. Oh, komm mal hier. Wir können beide weiß sein. Okay, warte. Komm mal, komm mal. Pass voll. Also... Ja, wie in Real Life. Eigentlich ist das gar keine schlimme Aussage. Aber... Ja, Farben sind immer so schlimm. Dann denken wir immer sofort an sowas. Ja. Willst du zum Airdrop? Oder warum sprechen wir... Oh, Gottes Willen. Oh Gott. Wo war das? Was du willst? Ja. Achso, ich war gerade auf der Map, um zu gucken, wo der Airdrop ist. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe nur die Maus gedreht und auf den Linksklick gemacht und dich perfekt getroffen. Ich will weiße Handschuhe. Ah, okay. Meine Hände sind weiß. Nevermind. Ich schenke dir weiße Handschuhe. Bitteschön. Dankeschön. Hier unter mir. Ach, ich bin schon so weit weg. Oh Gott. Ich mag die Saiga irgendwie nicht. Ah, deine Stroblinde. Okay. Tausch ich auch. Okay. Da drinnen haben welche gekehrt. Oh. Der hat eine Weihnachtstarnung. Der haut uns. Oh, der muss nachladen. Wo ist er? Okay, ich töte mal sein Maid kurz. Ich töte mal kurz sein Maid. Okay. Ha, ha, ha. Der hat eine richtig coole Weihnachtstarnung. Ich weiß. Hab ich doch gesagt. Achso. Ich dachte der hat auch eine. Warte ich. Luffy kurz. Das ist wichtiger. So. Hä? Ich bin explodiert. Schieß auf den bitte. Ja. Kannst du hier hinter? Ja, ja. Ich komme hier in den Baum um. Ich hebe dich erstmal auf. Oh, das ist immer gefährlich. Ja, ich weiß. Stehen wir so nah am wie möglich am Baum. Aber die Bäume tarnen besser. Oh, oh. Egal. Natürlich wurde ich sofort gedownt anstatt du. Ja, was soll lassen heißen? Ja, ich muss ihn doch kurz heilen. Ja, ja. Ich stehe hier einfach auf und chill. Ach. Ja. Äh. Ich weiß nicht was ich machen soll. Der lila Boy sollte natürlich nicht voll geheilt sein. Ja. Du hast probiert, dass die Zone kommt auch. Ja, ich krabbel. Ah, fuck. Ja. Oh, BM. Haha. Ja, aber Weihnachten und Essen ist echt so eine geile Zeit. Mein Opa. Er lebt noch. Ähm. Ist mittlerweile 98 oder so. Ja, ich habe es nicht erwartet, dass du ihn isst. Hahaha. Ne, aber also mittlerweile machen wir das halt nicht mehr, weil er jetzt zu alt ist und er so lange nicht mehr mithält. Aber wir haben halt immer Geburtstag ge... Oh, ich habe keine Muni. Fuck. Hier ist ein Typ drin. Ich bin down. Fuck. Welcher der 50 Typen? Aua. Aber äh, um die Story zu vollständigen. Der hat immer... Ich glaube am 4. Dezember hat er Geburtstag und dann waren wir immer um die Zeit halt bei ihm. Und da waren wir immer essen. Und das war einfach so geil. Da hast du dich dann auch wirklich voll gefressen, weil so Weihnachtsvöllerei und so waren immer Highlights. Hahaha. Ich muss sagen, als ich jung war, war Essen noch nicht so ein Geilo-Ding für mich. Nicht? Es war einfach so... Also es schmeckt gut, ist geil. Ja. Aber nicht so... Oh ja, Essen! Aber wenn man älter wird, dann weiß man gutes Essen mehr zu schätzen auf jeden Fall. Wenn man selber kochen muss. Ja, genau. Wenn man mit einer Vegetarierin zusammen ist. Hahaha. Nein. Nein. Äh... Äh, der hat einen Kevlar. Die gehen mir auf den Sack! Okay, ich hab den einen kaputt geboxt. Der geht wieder rein. Ne. Hahaha. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Da soll mich noch einer. Ja. Hä? Nein! Lass es raus in Ruhe! Ich hab ne Pistole. Oh. Aber ich muss sagen, bei uns... War eigentlich Essen... Also für mich als Kind und für meine Schwester auch... Ähm... Immer schon ein Highlight. Also so... All you can eat oder so fand ich immer richtig geil als Kind. Das war ja damals noch nicht so verbreitet. Also Chinesisch ist natürlich immer schon verbreitet, dieses All you can eat. Aber ich fand das so cool, wenn man irgendwie so... Nudelbuffet hatte oder so. Das war für mich richtig ein Highlight. Oder wenn es halt Buffet statt à la carte gab. Ja. 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 Alter. Aber jedes Mal, wenn wir sterben, unterbrechen wir die Storys, die wir erzählen. Ja. Du fängst jedes Mal ne neue an. Nicht ein Wort pro Typ, sondern ein Wort pro Runde. Ein Wort pro Runde. Ja. Wurden wir ja das Spiel schaffen auf jeden Fall. Mann. Wir kriegen auch immer so Gammelwaffen am Anfang. Ich bin wieder im Wasserbunker. Ja. Ich glaube ich auch. Ja. Guck mal, rosa Tarnung. Ultra geil. Ich glaube diese Tarnung gibt es nur im Wasserbunker. Die rosa ne? Ja. Ja, das kann sein. Die sind ja echt selten. Ja genau. Oh, da sind zwei. Die haben gute Kevlers für uns. Oh schön. Ich hab dich ein bisschen von hinten ge... Schön. Jawoll. Kevler für uns beide. Oh, der hat einen Vektor. Holy. Ja, gönn dir den Kevler noch da unten. Ja. Ich gönn mir alles. So. Wir haben nicht mal gut Schaden bekommen. Was für Loser. Haha. Ich war fast tot. Äh, links. Links. Ja. Wir beide direkt. Links. Wir haben... Ja, kein Kevler. Komm, den krieg ich doch. Schön. Da ist noch ein Team. Schön. Alter, die Vektor ist so broken. Vor allem, wenn die Leute halt keinen Kevler haben. Oh, der hat den vier. Hier ist ein gelbes. Willst du das rosa haben? Irgendwie mag ich gelb. Ja. Also ich mag auch rosa. Ich find rosa ist echt ne... Oh, die Spaß. Schöne Farbe. Zwei Spaß. Also haben wir jetzt doppelt Spaß. Äh, hier. Ja, erstmal das. Warte mal, ich wechsle mal die Sekundärwaffen von mir, damit ich irgendwas noch hab, wenn jemand wegrennt. Die Spaß. Die Spaß ist für Long Range und für Short Range. Das ist halt das Geile. Ja, das war echt gut. Eigentlich nimm mal ein Schmerzmittel. Hier ist wer von mir. Oh, fuck der. Oh, fuck der. Ich hab ihm gerade ein Schmerzmittel warten. Ja, ja. Ist alles gut. Hab ihn. Hab ihn. Sein Mate ist glaub ich der draußen. Ja. Ich hab sein Mate von hier drinnen einfach abgeschossen. Sehr schön. Weißt du, so gehört sich das. Der gute alte Gang. Ich bin eben im Tisch. Bang. Komm mal hier rein. Hallo. Lol. Das ist richtig broken. Also das wüsste ich nicht. Äh, bei Halloween gab es ja so einen Modus, wo man sich als Möbel tarnen konnte. Cool. Da lagen überall Cavalers rum, dass man wie Möbel aussah. Das ist richtig cool. Unten rechts Schneeballtyp. Unten. Oh fuck. Oh fuck. Schneeballtyp ist down. Okay, der andere ist über uns, wo wir her kamen. Ich hab den Schneeballtypen komplett gedowned. Der rennt auf mich zu. Ja, ich komme. Ich bin down. Er will mich finishen auf jeden Fall. Ja, ich werd sterben eventuell. Nee, der ist schlecht. Der hat kein Kepler. Danke. Hebe mich einfach auf, scheinbar möglich. Dann können wir unser... Ich renne nach oben rechts. Äh, wir haben ein Problem. Ja. Schnell, 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 schnell. Der war doch da. Ja. Oh Gott. Renn doch erstmal weg. Renn doch erstmal weg. Renn doch erstmal weg. Wie lange er gezögert hat. Da war noch einer. Aber ich muss mich kurz heilen. Ah fuck. Ich werd sterben von der Explosion. Sorry. Sorry. Das ist zu viel los. Nee. Seid ihr verziehen. Schade. Es wär so geil, hätte das geklappt. Play of the game. Alter, hör auf Klaus zu looten. Der hat die Vector jetzt, ne? Hört auf. Ja, ich spiel nicht damit. Alter, liegt da viel. Ja klar, Ablenkung vom Weihnachtsmahn. Unfair. Der Weihnachtsmahn hat sich eingemischt. Ich geh. Ah, die Vector liegt da noch. Ja, aber. Ja, ja, ne. Die kannst du jetzt nicht nehmen. So, haben wir noch das. Und jetzt hier oben müssen doch noch Leute sein. Ja, da war zwei Stück. Der eine ist in der Zone. Ja, ja. Hinter dir? Oh Gott. Alter, ist die präzise auch. Ja. So, dann erstmal hier chillen. Ich wollte sagen, vielleicht wartest du erstmal kurz, dass die ganz kurz aufeinander stoßen. Fünf Stück sind es auf jeden Fall. Das ist der Mongo, der dich umgebracht hat. Den kannst du easy snacken. Oh fuck, die schießen die Bäume. Ja. Den kannst du snacken. Mit der Vector. Warte, warte. Warte, warte. Warte jetzt gegenseitig auf sich. Oh, schön. Nice. Richtig assi. Ich wäre vorher schon drauf gegangen. Ey, du kannst rein. Geh rein, geh rein. Wir kämpfen grad. Wo rein? In den Fight. In den Fight. Der da schon drauf. Den Helm nehm ich mir? Es ist nur einer. Es ist nur einer. Nur noch einer? Ja. Der, der Klaus Töter. Du musst es machen, somebody. Ich kann nicht. Es ist zu viel Druck. Es ist wirklich nicht viel Druck. Aber es hängt alles von dir ab. Und du hast die Chance. Warte, ich muss die zweite so dann noch trinken. Ja, das ist okay. Du hast auch einen Koffer im Notfall nochmal. Gottes Willen. Warum hat der einen Stein als Deckung? Oh Gott. Aber du kannst jedes Mal da hinter dich heilen. Das ist halt cool. Ja. Er kommt. Also. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja. Für Klaus. Nice. Für Klaus. Sehr schön. Ja. Auch wieder ein gelungener. Ey, wir schließen echt gelungen ab. Muss man wirklich sagen. Ja. Wir fangen immer an wie die Overloser. Aber dann kommt eine Runde und zack. Die Kings. Nice. Na gut. Dann schaut in die Beschreibung rein. Da ist Samuel verlinkt. Der hat letztens auch dann noch eine Folge mit diesem Weihnachtsmodus mit uns beiden gebracht. Da könnt ihr ja auch mal reinschauen. und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.